Jo Leute, was geht ab zu einem neuen Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, am Samstag werden wir so ein kleines Fantreffen machen, Henry, der hier übrigens ist, Gideon und ich, wir werden ein Fantreffen machen am Samstag, am 11.11., also der Samstag, der jetzt kommt, haben wir so eine kleine Überraschung für euch, also ihr müsst unbedingt auf jeden Fall mitkommen, seid auf jeden Fall am Start, sagt euren Freunden Bescheid, wen auch immer, sagt einfach, kommt einfach und wir haben ultra Bock euch da zu treffen, übrigens ist es dann um 17 Uhr, ist jetzt übrigens jetzt festgelegt worden, ich würde sagen, Also wir nehmen die Kamera mit, drehen mit euch allen zusammen ein fettes Video, fetten Vloggen, ihr seid alle dabei, aber auf jeden Fall jetzt erstmal Gideon abholen und da kann der Tag anfangen, so Leute, ich hoffe man kann mich jetzt so ein bisschen sehen, aber ey, es ist immer noch so dunkel, ich hab so nicht scheiß Laune, aber es nervt einfach, wenn man nachts oder im Dunkeln anfängt zu vloggen, das zackt richtig ab, Alter, Fakt ab oder was, hä? Die Fresse, deswegen, ja, auf jeden Fall haben wir gerade jetzt so einen Kunden, seinen Pulli vorbeigebracht, hat sich auf jeden Fall riesig gefreut, erstmal Grüße an dich, Urge ist immer noch nicht da, ne? Spacko ey, Urge, mach mal Eier, ey, 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 ey. Und wir werden ihn erschrecken, also mal checken, wie es gehen wird. Er kommt. Prank! Gewichser! Du kannst Prank, du kannst Prank, du kannst Prank! Ich muss gerade erst mal klarkommen. Ey, das war das letzte, mit dem ich gerade gerechnet habe. Jetzt ehrlich? Boah, ich hab mir so eingekackt. Ja, da geht aber auch hin. Toll Schwede, ey. Pannen die davon. Fahr doch jetzt! Spann dich, Mann. Spann dich, sorry. Entschuldige, kein Panzer, ja? Kann nicht sein, kann nicht sein. Oh, es sieht so gut aus, ne? Nimm doch ein anderes. Ja. Nee, alles bezahlt, wisst du Bescheid. Dankeschön. Wir sind wirklich einfach so in die Stadt gegangen, damit Gideon sich einfach eine Haselnuss kauft. Was er damit gemacht hat, könnt ihr einfach mal an seinem Video abchecken. Jetzt ist auf jeden Fall am Ende des Abspanns nochmal markiert sein Kanal. Könnte ich auch in der Infobox einfach mal abchecken, was wir jetzt machen. Wir haben was wirklich Krankes vor. Und wir gehen jetzt erstmal zu Mac McDonalds. Also, let's go. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ich mal let's go sage? Stopp! Oh! Hey! Hey! Stopp! Stopp! Was? Jule! Meinst er wollte ich nicht mehr fahren? Ey! Meinst er wollte ich nicht mehr fahren? Hier ist nur Platz vorne, ne? Willst du warten? Ja! Können wir! Ja! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! NEEEEEEEIN! NEEEEEEEIN! NEEEEEIN! 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 MAAAN! Kann einfach nicht sein. maid eh nutzt! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Wir sind jetzt bei McDonalds angekommen und damit ihr Bescheid wissen, was wir hier machen, findet ihr unbedingt mal auf Gideons Video vorbeigucken. Wir werden hier jetzt was filmen und das wird sehr dolle witzig. Ey, es wird wirklich übertrieben witzig. Also checkt's einfach ab und denen, der ist eigentlich scheißegal. Ich bin dann nur dafür da, um Abos zu geben und um Klicks euch zu spendieren. Genau, klar. Wir machen das einfach nur aus Fame, Geld und Klicks. Habe ich da gestern auch in meinem FAQ gesehen. Falls ihr nicht gesehen habt, klickt einfach hier oben. Habe ich gestern auch in meinem FAQ gesehen? Habe ich gesagt? Gesagt. Ich habe es gesagt. Schaut es euch an. Also checkt auf jeden Fall das ab. Ey, Leute, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, was gerade bei uns passiert ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist übertrieben. Oh, Junge, Alter. Ey, wenn ihr mein Video anguckt, ne? Ihr werdet selber klau... Boah, ich kann nicht mehr reden, Alter. Ihr werdet selber kaum fassen, verdammt. Ey, das ist so übertrieben, Alter. Wir wurden quasi gerade geprankt. Ja. Aber richtig hochgenommen, Alter. Richtig übertrieben, Alter. Es ist so krank geworden. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Bis morgen. Ciao, hau rein. Bis zum nächsten Vlog, Leute. So, Leute, ich mache jetzt hier die Abmo, die mal direkt im Auto. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal ein Like da oder lasst mir ein Abo da. Es würde mich auf jeden Fall übertrieben freuen, dass ihr ein Abo da lassen würdet. Checkt mich auch auf Snapchat und auf Instagram ab. Und nicht vergessen, am 11. ist ein Fantreffen. Am 11.11. um 17 Uhr. 17 Uhr vor dem Schloss Arcade. Kommt einfach her. Wir haben übrigens noch was für euch dann vorbereitet. Also lohnt es sich auch. Wir werden auch einen Vlog drehen. Also es wird auf jeden Fall richtig chillig. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Checkt die anderen ab. Die haben auch noch einen Vlog gedreht. Die ist auch ultra geil geworden. Also müsst ihr unbedingt abchecken. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. Outro